Großes Kino auf RE1 TV, jeden Dienstag ab 20 Uhr mit der Popcorn Movie Night, powered by Play & Pictures. Als erster Lokalsender in ganz Österreich zeigen wir euch Kinofilme in bester HD-Qualität und das Ganze ohne Werbeunterbrechung. Am kommenden Dienstag, den 20. Februar, zeigen wir euch den Film Der Meistertieb und seine Schätze. Sie haben nichts gemeinsam, außer einem Vater, von dem sie noch nie gehört haben. Der ist ein international gesuchter Meistertieb, der die beiden ungleichen Schwestern, die eine eine unbescholtene Informatikerin, die andere eine vasierte Taschentiebin, für einen grossen Raub erstmals zusammenbringt. Den Raub einer 15 Millionen Euro schweren Stadivaregeige. Doch die kriminelle Familienzusammenführung hat einen entscheidenden Haken. Die ungleichen Schwestern mögen sich nicht sonderlich. In Sachen Einbruch ein echter Profi, in der Familienführung ein hoffnungsloser Amateur. Frankreichs Superstar Jean Reno darf sich in diesem französischen Komödienhit von seiner witzigen Seite präsentieren. Mit zwei Schätzen im Anhang, die sein Nervenkostüm ebenso herausfordern wie den bevorstehenden Millionenraub. Für Fans französischer Komödien bedeutet das vor allem eins, ein diebisches Vergnügen. Also nicht verpassen, am Dienstag um 20 Uhr auf R1. Und jetzt gleich im Anschluss zeigen wir euch den Trailer dazu. Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Sendung angelangt. Wie gewohnt wechseln wir unser Programm wieder am Mittwoch um 18 Uhr. Und ab sofort könnt ihr natürlich alle Beiträge und sogar die ganze Wochensendung auf unserer Homepage und auf unserem YouTube-Kanal kostenlos nachschauen. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und sage, Peter, bis zum nächsten Mal. Servus. Bis zum nächsten Mal.